Unser Thema hier auf dieser Messe und ich denke auch für den ganzen Event ist das Thema BIM, Building Information Modeling. Das ist ein Thema, das uns bei Autodesk sehr am Herzen liegt. Seit über 15 Jahren investieren wir in dieses Segment und sind sehr froh mit unseren Kunden gemeinsam hier auf eine andere Ebene der Zusammenarbeit und der Arbeit generell im Planungswesen zu kommen. BIM ist ein Prozess, der ganz toll alle Phasen beschreibt, von der Planung, über das Design, über die Ausführung, die Planung wird abgedeckt im Detail bis hin zu Betrieb für die City Manager am Ende des Projekts, wenn Gebäude anfängt zu leben. Das deckt dieser Prozess wunderbar ab. Wir sind jetzt aktuell dran, wir haben den Begriff Connected BIM geschaffen, der versucht ziellos noch mehr aufzubrechen, weil unsere Kunden ja irgendwas fertig kriegen müssen zum einen und wir sprechen davon der Wertschöpfung die entsteht. Jeder Planungsbeteiligte hat was beizutragen und es gibt immer wieder Brüche, das sehen wir heute noch, von Firma A zu Firma B oder von einer zu anderen Abteilung. Da gibt es manchmal immer noch Punkte, wo dann Daten, die mühsam mit viel Gehirnschmalz und Engagement und aktuellen Daten angefertigt worden sind, teilweise wieder verloren gehen oder händisch wieder nachgepflegt werden müssen. Das ist also ein Thema. Wir arbeiten da an einer Plattform, um das hier über den Projektzyklus hinweg, allen jederzeit zur Verfügung zu stellen. Das kann man sich wie einen großen Eimer vorstellen, wo jeder reingreift und was reinlegt oder rausholt, was er zu dem Zeitpunkt, wo er gerade ist, im Prozess braucht. Bei unserem Stand, den Sie hier sehen, sehen Sie hier fünf Monitore im Hintergrund. Die haben wir thematisch sortiert für die verschiedenen Bereiche. Scan to BIM, da ist das ganze Bereich Reality Capture, Drohnen, Datenerfassung. Hier bringen wir die in ein Modell rüber. Wir haben das Beispiel Brücke und Straße hier am Stand mit dabei und das machen wir mit Vertriebspartnern. Wir arbeiten mit Vertriebspartnern zusammen, das sind Spezialisten, die sind vor Ort, die gehen quasi die letzte Meile zum Kunden, die betreuen die, die hören die Bedürfnisse und zeigen hier ihre Lösungen, die sie auf Basis unserer Technologie gegebenenfalls weiterentwickelt anbieten.